Ja hallo, hier ist wieder Klaus mit dem Profit Emma. Ich setze das Spiel mal fort. Also Emma hat gerade einen Aufflieger gekauft für die zweite Garage und jetzt muss er aber noch Geld für die Zinsen zusammenbringen. Sie muss jetzt Zinsen bezahlen. Das sind Tausbutter und die hat es aber noch nicht. Das heißt es fehlen noch 9000. Natürlich sind die Leute auch noch unterwegs. Ich bringe vielleicht auch noch 4000, 5000 aber da fehlt noch ein Auftrag. Diesen Auftrag müssen wir jetzt annehmen. Also ein Auftrag. Was bekommt Emma heute an Aufträgen? Oh sogar einen teuren, guten ist es zu glauben. 12.000. Wie kommt es, dass ich so manchmal so einen dicken Auftrag bekommen und dann wieder nicht. Also von Helsinki nach Coppola. Die nehmen wir an. Die kennen wir uns aus. Die machen wir. 12.000. Und jetzt haben wir wieder Schulden. Die müssen wir jetzt hier auch erst rausnehmen. Okay. Erstmal zinsen. Erstmal zinsen, sei schon abwendig rundum leuchten. Okay. Fertig zum Losfahren. Bis so haben wir 0 Uhr. Und dann fahren wir nochmal so. Aber was haben wir da hinten der Anhänger? Kleinen oder großen Anhänger? Ich sehe das nicht so genau. Das werden die kleinen Anhänger sein. Kleinen Anhänger. Also von Helsinki nach Coppola. Ich versuche jetzt herzlich nach links ab. Immer geradeaus. Okay. Das geht jetzt erst einmal rein. Dann fahren wir einmal einfach in der Wasserstattung 바로 rein. Dann fahren wir hier rein, da kommt auch einer, ok, haben wir, jetzt muss ich da vorne gleich links fahren, also wieso macht ihr das nicht so jetzt, ok, dann machen wir das, also, drei Stunden brauchen wir nochmal und zwölf vorhin hatten wir schon 15 Stunden heute. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ok. Nimm diese Ausfahrt. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ah, dann muss ich hier. Links halten und dann links abbiegen. Ok. Biege nach links ab. Machen wir. Ja, also mein Spiel ein guter Auftrag heute. Jetzt bei der zweiten Fahrt. Zur zweiten Fahrt. Dann haben wir also, ähm, ja, also Geld wird bei einem mal nicht sauer. Ähm, Geld wird sofort investiert oder wird dazu benutzt, die Krise abzulösen. Bitte links halten. Also, ja, also jetzt sind da drei Leute in, in Bern, die arbeiten und ähm, rechts halten. Und fünf Leute. Dann ausfahrt rechts nehmen. Und fünf Leute in, in Genf. Und acht Leute. Nimm die ausfahrt rechts nehmen. Natürlich alle acht Leute bringen noch nicht so viel Geld. So eine Brinkschung geht. Das ist jetzt eine Eter. Ich konnte keinen Auftrag finden. Kann passieren. Kann passieren. Kann passieren. Kann passieren. Kann passieren. Nur bei Kerlen ist, ähm, immer misstrauisch. Manche, die werden faul. Wenn die bei zwei, zwei, zwei Fahr fahren und dann keine Aufträge reinbringen. Achtung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja ist ja gut, Herr Eker. Ist ja gut. Bitte links halten. rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts bitte links halten ja die sonne geht auf oder geht die unter 1.55 unterne würde ich mal sagen oder auf könnte aufgehen soweit wir den rotlichen himmel als den morgenhimmel in der dinky ja also haben wir jetzt in bern schon mal gut ausgebaut und jetzt brauchen nur die leute erfahrung und müssen ein bisschen arbeiten in bern habe ich jetzt in genf habe ich vier leute die gut arbeiten sogar fünf und in genf habe ich jetzt zwei neue leute und in genf in bern werde ich ein frauenteam aufbauen wenn das so geht wie ich mir das vorstelle da fehlt jetzt noch eine dritte frau und dann macht er sich davon und dann braucht er noch mal einen ersatz für sich selber und dann haben wir zwei voller gagen wenn die da 2.000 euro bringt wenn die da 2.000 bringt sind das schon mal 10.000 pro tag 2.000 die jetzt sind natürlich ein bisschen mehr und ich möchte den zweiten lebensmitteltank hier kaufen auch für für bern für bern und dann machen die leute keine fortschritte mehr ich möchte ja dass die leute sich entwickeln ja 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 Und ich gehe mit einmal noch, in der Kohlabend, von woher, von Helsinki in der Kohlabend. Die Kohlabend, von Helsinki in der Kohlabend, von Helsinki in der Kohlabend, von Helsinki in der Kohlabend. Wenn wir wieder schlafen, Tic-Tic, hier, bleib ich gleich hier, ne? Und das Ganze gleich nochmal, ne? Die Frage ist, ob ich denn da auf der Rückseite aufkomme? Jetzt kommen wir nicht weiter. Weite Säden gesperrt, Tim. Weite Säden gesperrt. Jetzt kommen wir wieder 168 in der Kohlabend. Also, auf ein neues Feichert Generation Kohlabend oder Feichert zum Nordpol oder Südpol oder wohin. Da kommt wieder Geld rein. Der hat halt 900 Euro von Maus. Der hat tatsächlich einen geschotzt. Sehr gut, Maus. Mein guter Mann. Nur schon mal 11.000 Euro zusammen. Und ähm... Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich geh mich nicht auf den Geist. 570 Kilometer hab ich noch von mir. Ja. Ja. Das ist die zweite Fahrtdotte von Helsinki in Akkobula. Die erste Fahrtdotte 7500 ein. Die zweite Fahrtdotte 12.000. Wir haben 19.000. 20.000 fast. Dann ausfahrt rechts nehmen. Okay, wo geht das hier hin? Hier, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Biegen nach links ab. Und Santscha sieht's. Sieht so aus. Das sieht so aus. Also wir stoppen hier. Der ist frei, der ist auch frei. Hier. Gibt das hier schöner Koppel? Oder... Wo geht das hin? Ich nix wissen hier. Wo bin ich hier? Keine Orientierung. Demnächst rechts abbiegen. Biegen nach rechts ab. Und wie auf die Autobahn. Und äh... Wieder zitieren. Ins Gegendicht. Ins Gegendicht geht's hier also. Also... Hundertfünfzehn Kilometer noch bis Koppelabend. Waren schon mal näher dran. Aber... Lass man das mal dahin gestellt sein. Die Simulator möchte mich halt ein bisschen ärgern heute. Ne... Ne Simulator. Also wir kommen dem Ziel näher. Aber... Ich war da schon bei 70, 80 Kilometer, ne? Ja... Also drei Leute in Bern. Mit mir vier Leute. Und ähm... Einen Platz haben wir noch frei. Wenn wir 120 Euro zusammen haben. Als Kreditzimmer oder so. Dann können wir noch einen vierten Mann anstellen. Wir können auch noch äh... Ja... Und dann können wir auch noch eventuell ähm... Weitere Nauflieger kaufen. Vielleicht einen Tank oder... Ein Tank habe ich ja schon gekauft. Für ähm... Vielleicht so einen Auflieger mit äh... Für Baumstämmer und so. Für Tank. Wo man dann so Benzin und so fahren kann. Wenn's... Ja der... Nauflieger von ADR... Da kommt Geld rein. Da tausend von 715. Sehr gut. Die Frau. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts. Oh ne... Das hatten wir ja gerade hier. 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 Und schon wieder. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer noch gesperrt. Was ist denn da los hier? Neu berechnen. Und da ist auch eines gesperrt. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Na nachdem. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja. Moment um. Glauben dir Nummer. Ich fahr jetzt hier einfach weiter. Oder? Geht das nicht? Ja. Ich muss mal anhalten. Ich muss mal anhalten. Da geht es nach Helsinki, da geht es nicht. Ich fahre jetzt gerade aus Wartem. Ich fahre gerade aus Wartem. Nach Lachtin. Machen wir nicht. Wir fahren nach Lachtin. So und Lacht. Okay, machen wir das. Seid es gesperrt heute. Seid ich ihn schon mal durch. Der war ja durch den Titel von der KI. Da geht es nach Lachtin. Von Lachtin dann auch Cola auf Fisch. Jetzt sind wir hier in Lachtin. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wir haben viel Verkehr im Lachtin neuerdings. Wie kommt das? Weiß ich jetzt eh. Der Simulator, das ich jetzt hier. Problem haben oder was hat der jetzt hier? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Längtui jetzt hier ab. Längtui jetzt hier ab. Ob der sich meine Feder merkt. Also auch die aus den vorherigen Profilen. Oder? Rechts halten. Und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja geht aber nicht. Also hier ist eine Cola. Oder? Und dann haben wir einen Scherzer. Belechti. Ja, jetzt geht es gleich darum, irgendwie. Ja, dann schaltet die Ampel immer so, dass ich quasi jede Ampel anhalte. Und wenn ich dann auf die Ampel zurolle, dann macht der Simulator das im allerletzten Moment quasi den Wunschalter. Und dann, wenn ich stoppe, dann erst schaltet er rot. Gut, also ist ja ein fieses Programm. Okay, also. Dumm. Immer geradeaus. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich hab' den Führer abgedrugen. Und dann rechts abbiegen. Da komm' ich jetzt die Endliche Kugel an. 100 Kilometer bin ich noch. So. Ich bleibe. Ich bin schön. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Mhm. 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 Ah, da gibt der Kobula, hurra. Da gibt der Kobula, wie kommt der sehr schön her? Ne, nicht schon wieder, aber das ist heute gesperrt hier wieder, das reicht mir dann zu mir. Was ist hier los? Da kommt der Unterstelle und der Kobula vorbei. Da fangen wir jetzt vorbei. Okay, haben wir geschafft. Ja, okay. Ich werde jetzt hier alle Autobahnen stellen. Bitte rechts halten. Was soll das? Ich bin die nächsten Umweg gefahren, also zur einen Umleitung, dann nochmal eine Umleitung, dann riesen Umweg und dann war ich wieder davor. Irgendwie habe ich noch nicht herausbekommen, was ich machen muss, um das Thema Unfall zu vermeiden. Wie vermeide ich quasi das Durchbrechen einer Unfallstelle? Ja. Hier kommt nochmal ein Einkommen von Angela P 600, sehr gut. Angela. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Wenn du recht hast, ist du recht. Ja. Wenn du recht hast, ist du recht. Sollte man ja nur fahren. Und der Kunde erwartet. Ja, ich bin ja recht da. 30 Kilometer. Und außerdem sagten Sie nicht mehr dazu und der Polizei. Also 12.000 hat viel Nerven gekostet. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay. Ich brauche den Kunde. Ja. 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 Du schiffst. Ja. Wir sind gleich da. Okay. Du haben wir. Ach du haben wir gleich. Da ist schon ein bisschen Zinszahlung. Schaffen wir. Schaffen wir. Meine Leute haben schon 14.000 zusammen. Biegen nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biegen nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Rückenführung ist damit abgeschlossen. Ich bin ein bisschen mit dem Knie entgegen. Wir müssen versuchen. Wir müssen versuchen. Entschuldigung! Entschuldigung! Absolut ausgezeichnet, sagt er. Also gehen wir um 2.500. Ja, 27.000, sehr schön. Wir haben 8 Uhr, das heißt, da kommen jetzt gleich 17.000 von runter. Dann haben wir noch 10.000. Dann haben wir noch 10.000 Worte. Okay, Leute, das war's erstmal. Die Vaterheit kommt später.